Und da sind wir wieder perfekt zum Start. Eine neue Runde. Und ich hab Healer genommen, aber da steht eigentlich ein Schilder. Und das heißt eigentlich... Das ist keine Schilder, das sind. Ja, eigentlich schon. Also keine... Wie heißen die, die Plasma? Nein, nein. Tesla Blade. Daher geht uns zu wenig. Ich wollte Plasma sein. Nja... Ich fliege für dich hinweg. Du treffst mich nicht. Ich bleib hier stehen. Du treffst du nicht, ja. Sperr mal Streifen wieder hinten. Oh, nein, nein. NEIN! Das hier. Holy... Holy Heal Action, my bitch. Vielleicht treffe ich das. Ah, ich wurde getroffen. Schwerverwundet. Schwerverwundet dann verreckendlich rot-box-schwerverwundet. Du. 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 Entschwürst du dir rüber? Weil ich sterbe. Eine Kanone verrufen. Ach, ja... Töten. Mnohls karten Filme. Medici, Medici. Nimm mal aus. Oh, nein, 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 geh runter, geh runter, geh runter, aus. Solange du noch lebst, will ich nicht leben. Äh, die kommen gleich rechts unten. Ich bin doch sehr zu Gott. Nee, als Mini. Love me. Ich bin so weg. Boah, dieser kleine Spasti lässt mich auch nicht... Nur wegen dem kriegst du jetzt mehr... Ey, will ich damit verarschen? Ich bin ja auch nicht kaputt. 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 So ein Spasti. Sie sollten sich mal eine Report-Funktion einbomben. Bei der man nicht unbedingt gleich auf die Website gehen muss. Da, da, rechts, rechts, rechts. Baller drauf, baller drauf, baller drauf. I'm shooting. So langsam. Oben, oben, oben. Oh mein Gott. Ja, der ist abgestützt. Oh shit. Holy shit. Healer undeckt, healer fordert, healer fordert. Bang. Ja, viel Damage hast du ja gemacht. Pass auf, Sniper. Ja. Oh, nun Jett durch dich mehr. Scheiss auf die Sniper, du hilfst dich doch. Ja, das war schon klasse, Mann. Das geht sich gerade ab. Ja, mich zuerst am liebsten. Äh... Scheiss, Sniper. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Die haben uns eingekesselt. Und die haben unter drei Zweiten das Spiel. Die einfach durchhalten. Im Ball. Ich bin tot. Ich versuche es durch meine magischen Kräfte. Ich bin tot. Du bist tot. Du bist tot. Ne, ich bin tot. Ich bin tot. Oh mein Gott. Und du... Erstehst wieder auf. So ein neues Leben. Was? Was? Ne? Ne, ne, ne. Wenn Sie kommen ins Battle. Äh, ich bin auch... Ich war ja grad auch noch ein Tier 6er, oder so. Wieso 6? Keine Ahnung. Ja, er wird wahrscheinlich dann noch höher Level sein, aber okay. Ja, dann komm ins Trotz, maybe. Ja, ja, ja. Ja, ja, so pack ich dir den Kopf ab. Was? Nee, bitte, was? Hm, was ist einfach gesagt? Und ich nehm den Sniper, weil... Flugzeuge... Ich bin C7. Nein, ich bin ein Flugzeug. Ein Flugzeug. I believe I can fly. Wohl eher ein Minitider sterben will. Es fliegt. Ach ja, soll ich sehen. Oh wow, es fliegt. Es fliegt auf die Fresse. Ja. Pfff. Ich... Ich kann... Oh Scheiss. Das hat aber lange geflogen. Ich hab vergessen... Gang nach Abel... Nach... Abel... Was? Die nach unten. What the fuck? Ah ja, und der kommt mir übelst ins Schwanken, wenn ich auf die Seite schiessen. Aber es fliegt. Und das ist eigentlich gut. Hauptsache es fliegt. Oh Mann. Oh geil, ein Flugzeug ohne Waffen. Dann wo? Ne, das greift sie jetzt nicht an. Das SSG, SSG. Es ist auf jeden Fall ein Flugzeug ohne Waffen. Der SSG, SSG. Oh, leck mich. Ich hab' ein wenig Pokémon. Ich hab' ein wenig Pokémon. über der Hose. Was? Ich hab' ein... wildes MC Lolo gefangen. MC Olo. I believe I can't shoot. Ich kann das alle hier noch einmal. Ich wünsch' dich von Treffen. Der Typ geht mir jetzt auf den Sack, Alter. Ja. Hm. Ah, vernichtet. Also ich bin hier gut im Spiel mit null Schaden. Oh ja. Ja, okay, jetzt hab' ein Schaden. Ich bin... Pro. Ah, die Sch... Hab mir ja schon wieder so... I'm a Pro. Nein. Nein. Ich bin tot. Alter, verpisst euch, Mann. Ich muss hier grad rein. Ich bin tot. Fuck, ich bin tot. Ich hab' mir was länger überlegt als jetzt. Und ich raus hier. Was wird mein erstes gekriegt? Ich hab' 13.000... 1.000. Das ist sehr wenig. Sehr wenig. Weiss du doch nicht. Warte mal, ich komm' jetzt mal mit dem besten Tank, den ich besitze. Okay. Und jetzt kommt so ein U-Boot. Ne, es ist ein Camper. Es ist ein Camper. Ein Sniper? Ein Camper. Nicht Sniper. Ein Schleiper? Ne. Ein Kriegsmensch? Ja. Ein Krebsmensch? Krie... Ein Mensch mit Krebs... Ein Krebsmensch. Und denn jetzt ist es so recht. Nö, ich mein' kein Mensch mit Krebs! Ich mein... Krebs... Ja, Krebsmensch gibt's wirklich. Ist es wirklich? Also im Fernseher zumindest. Mesi Krebsmensch? standing 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 Der Fox... Nein, das gibt's nicht auf Fragen. Und sie folge nicht mit Krebsmensch. Krebsmensch難st. Krebsmensch... 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 What the fuck. Ich weiss, warum du nur 20 Zuschauer hast. Aha, und du sagst, weil du nicht hast. Teilweise nur. Was sollte das heissen, mein... Ich habe um 3 Uhr angefangen, jetzt ist es 13, 10 Minuten vorbei. Um 18 Uhr hört die Folge auf, also sind wir gut im Schneider und EB. Ich warte auf dich. Oh ja. Schrauben meine Hände. Ich bin gleich Level-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Ich bin gleich Level-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Ich bin gleich Level 59. Du bist 63 oder? Ja! Oh nein. Ich habe dich bald eingeholt! Yeah! Und ich habe dich bald hinter mir verloren! Meine Sechser kennt man nicht unter den Neunen. Meine verkehrten Neun. Ich bin Neun, es sind alles Sechsen. Du hast nur den Bildschirm verdreht. Ja, tut mir leid. Ich stehe hier gerade auf dem Kopf und socke natürlich. Schau mal, mein Ultrapanzer der Zerstörung. Oh mein Gott. Du bist ja schon lange tot. Bernhard. Bernhard. Das ist mein Brot. Das ist dein Brot. Nein, das ist nicht mein Brot. Doch, das ist dein Brot. Ich bin das Brot. Oh geil, das ist ein Chat. Was? Hier fliegt ein Chat rum. Bernhard, das Brot. Bernhard hat das Brot verloren. Nenn die Folge Bernhard das Brot. Bernhard das Brot. Bernhard das Brot. Bernhard, wo ist mein Brot? Jetzt nimm dein verficktes Brot, Mann. Es liegt hier auf dich vor deiner Nase, du Wichser. Scheisse. Ich komme nicht höher. Du kommst nicht höher. Du kommst nicht höher. Du kommst nicht höher. Nö, gar nichts. Du doch nicht. Nö, ich doch nicht. Ich blöde dich. K-L-G-W. Weich, Werkung. Nee, natürlich nicht hierbei mit Käffern. Aber Käffernoszlich obst zu Minecraft. Schleichwerbung. Er hat auch einen Refleer von Robo. Echt? Mhm. Und er hat einen Livestream gemacht. Mehr weiss ich nicht. Ich habe schon die Schnürflädchen und die sieben X-Zwerge gesehen. Oha. Was ist das für ein Ding? Ich wurde grüß Gott. Ich wurde grüß Gott. Ich wurde grüß Gott. Ich hab damage gemacht. Yolo. Nein. Ich hab schon einen Schuss überlebt. Ich hab einen kompletten Schuss überlebt. Yolo. Der wird's. Das ist das für ein Viech, man. Das ist ein fettes Ding. Der Kanone. Weisst du, was ich von komischen Gedanken habe? Äh, wenn wir zwick sind, sag ich. Nee. Gut. Nicht pervers. Und pervers? Mhm. Okay, sag. Ich war einfach an, du kannst immer ein Panzer. Ja. Aus der normalen, die normale Version. Ich baue jetzt daran Flügel. Oh mein Gott. Er ist komplett verdummt. Verdummt? Hm. Das hängt ja nicht mehr zu Sinn. Aber, aber okay. Doch, das ergibt Sinn. Aber die gibt doch gar keinen Sinn. Da. Nee, ich bin nur bekifft. Das ist alles. Gut. Wir sehen wir. Ich bin nicht immer bekifft. Nur ab und zu, alle drei Tage. Zwei. Nein, das kriten mood. Ja, mein Begriff bis dann kommt es nicht zählen. Wie bitte, waspasst mich gesagt? Ja, hab ich natürlich gezählt oder falsch? Nein, falsche. Das war Vorsitzschal. Der ist also Remember Scherz. Der ist glücklich. wonach sowas von mich abheben konnten. Aber nicht schon das… Komm. Riff Redaktion durch das、 Krancy gerade. Prozent er hat es aufgegeben ich bin jetzt die Kanone wo wirst du Klinchen und sie setzt sie auf den Ding mal schauen was das für ein Level auf den Ding da nicht das gibt ja nicht alles besteht aus Penis aber das meister zum Beispiel du Tier 7 nicht verkaufen ich hab dran sind so dann pack ich dafür mal ne Plastik und zwar auf Tierdienst aus und von mir war das Ding jetzt geht seit Traskern in die Luft krieg oder die mit schwierig die nachzumachen erkennt das gewählt Prozent es ist aber drauf und jetzt nicht die 6 jetzt können wir spielen zwar auf die 6 nicht die 7 und die 6 er hat ich habe kein T6 mir egal mir auch du spielst wieder T10 du hast nicht du hattest nicht T10 sag es niemandem WTF du bist ein Gang ok die Aufnahme ist hiermit offiziell beendet vor bei E und dann sag ich mal tschau und bis die nächste Woche irgendwas von 3000 Jahren mal wieder und dann tschau sooo nö Spaß sagt keine Lust mehr so meine Freundin ja den Link für die Musik bei dem letzten Video habe ich dazu geschrieben und ja falls es nicht verkehrt was ist nicht verkehrt oder was ist nicht verkehrt was ist nicht verkehrt du bist ein wirst du bist ein wirst du bist ein